Herzlich Willkommen bei den Möbelmachern direkt in unser Grumbach neben Herzburg in Nürnberger Land. Wir wollen Sie heute zu uns auf die Konsumenten einladen, denn wir kochen in dieser höhenverstellbaren Küche jeweils um 12 Uhr mit den Wirten mit Werten und um 15 Uhr mit den Wirten von Heimat auf dem Teller. Früh am Morgen erzählt auch mal die AOK etwas von der gesunden Ernährung oder Alexander Herrmann etwas von der Firma Fissler. Wir würden uns vor allem freuen, wenn Sie uns besuchen. Wir verlosen Plätze an der Testesser-Tafel und wir kümmern uns um Ihre Eintrittskarten. Bitte einfach direkt auf die-möbelmacher.de und dort alles nach Angaben ausfüllen. Dann können wir diese große Aufgabe der Organisation für Sie gerne stemmen. Wir zeigen eine kleine zerlegbare Outdoor-Küche mit Edelstahlküchschrank und dem mobilen Teppanyaki und natürlich unsere schönen Messer von Nesmo in der Wassertor-Vitrine. Auf der Konsumenta stellen wir dann auch das erste Mal unsere komplett massive High-End-Hifi-Anlage in Kirschbaube, die wir gemeinsam mit ANG, der Analogmanufaktur Germany und der Wiener Lautsprechermanufaktur verwirklicht haben. Über die Vor- und Nachteile eines Ausziehtisches haben wir sogar einen kleinen Spielfilm gedreht. Die eigentliche Aussage lautet, bitte bringen Sie Fotos und den Grundriss mit und gemeinsam mit Ihnen überlegen wir dann, was für Sie die beste Lösung ist. Mit oder ohne Auszug. Natürlich haben wir auch unseren schönen höhenverstellbaren Schreibtisch dabei, denn viele Menschen könnten sich für das Homeoffice oder Office, wie Insider sagen, einfach was Schönes für Zuhause. Wir haben davon ganz viele, ganz unterschiedliche Schreibtische in ganz Deutschland verteilt und würden uns wahnsinnig freuen, wenn Sie uns die Fotos davon schicken würden, dann könnten wir das noch ein bisschen zeigen. Unsere Pro-Natura-Bet-Systeme nehmen wir deshalb nicht mit auf die Konsumenta, weil man für eine vernünftige Schlafberatung viel Zeit und vor allem viel Ruhe braucht, was auf der Konsumenta leider nicht gegeben ist. Bitte besuchen Sie uns einfach in Untergrumbach. Da kann Ute Danzer Sie einfach ganz solide in aller Ruhe beraten. Von lauter Konsumenta fallen unsere ganz wichtigen Objekteinrichtungen in die Kurznachrichten, aber vorab möchten wir Sie auf die Homepage leiten, denn da finden Sie die Einrichtung im Hürdenmuseum und im Karl-Brüger-Haus in Nürnberg. Ich freue mich sehr, dass wir in den neuen Räumen hier zusammenkommen. Wir sehen ja, wie wunderbar das alles geworden ist. Also vertrauen Sie uns, Sie wissen, was wir tun. Besuchen Sie uns auf der Homepage, füllen da bitte das Formular aus. Wir freuen uns auf Sie. Bis bald!